ok hier geht es ja sehr weit runter wo ich mein buch ich will einfach nur dieses buch muss ich das es ist noch markiert aber wir sind sehr weit weg davon das ist irgendwo dahinten ich habe keine ahnung okay ich kann ich hier runter einfach ja das geht ins wasser interessant tru plündern auch interessant alice leute sind am tour geht auch und das wollte ich das ist kein gegner so wo ich jetzt mein buch ich will dieses buch mit süchtig nach diesem buch naja klar kommt hier nicht hoch hier komme ich nicht hoch okay tür verschlossen natürlich ich werde nicht mehr lange über diese straßen laufen mein bruder eröffnet endlich seinen waffen laden und will mich als beikäufer für die hand an ihn komme ich nicht dran die einfach ohne mich zum rennen ich mache mir einen ruhigen abend von dir sehe ich gar nichts echt eine blöde position hier hallo ich komme nicht mehr weg 1 2 komme ich an ihn dran ne komme ich auch nicht noch nicht mal an ihn verdammt ich komme überhaupt nicht mehr weg hier ich weiß er war damit beschäftigt seine hose zu waschen was was passiert hier ganz ruhig freunde ruhig durch habe ich den schlüssel ich glaube ich habe den schlüssel aber er hat den schlüssel verdammt natürlich stirbt auch jahren um gerade nur spinnt moment man die kommen gar nicht durch wie kann ich eigentlich von hier und das geht da geht doch ja ja ich hier naja wache die wachen sind beschäftigt wo sind wir denn jetzt was das denn für eine blöde tür da komme ich einfach so durch das ist ja voll dämlich moment wo geht es denn hier hin hier geht es ins hamam wie es aussieht wo ist dieses verkackte buchmann 24 meter über mir es muss doch irgendwie ein weg geben da es muss doch irgendwie hier hoch gehen hier hoch hier oben muss ich hin da ist eine treppe ok wir holen uns erstmal das buch weil ich habe angst dass wir das buch irgendwie nicht bekommen warum auch immer das wäre echt blöd weil hier irgendwo muss es ja sein hoffe ich mal ich denke dass es hier irgendwo sein muss tür entriegeln wobei hier geht es nur raus ne ist nicht richtig hier seine hose waschen ist klar vielleicht hier nicht verarschen ne die plündere ich jetzt nicht komm ich hier durch oh hier komme ich durch ok tür entriegeln es ist ich will dieses buch ihr merkt es vielleicht aber hier muss es sein hier hier muss es sein ich meine wie kann es nur anders sein das geht gar nicht alles muss da sein neun meter nur komme ich hier durch dieses spiel macht mich wahnsinnig dieses buch dieses eine verkackte buch macht mich wahnsinnig komm ich ja von hier dahin komm ich ja von hier dahin ja hier in diesem raum muss ich glaube ich meintlich das muss richtig sein oder es muss es ist richtig jungen jungen fertigkeitspunkt haben wir bekommen perfekt hier gibt es noch was zum lesen aber sagt mir dass es dass wir jetzt genug haben bring es zu al jahis ins haus der weisheit genau so machen wir es vorher lese ich aber ein paar sachen eine sache die den preis wert ist saidi ich bringe tröstliche kunde die maßnahmen von denen ich sprach wurden ergriffen ich hoffe dass wir zu einer zu einem vergleichsweise geringen preis die scheinbar unaufhaltsam aufsteigende gesetzlosigkeit unterbinden können wir mögen dies vielleicht doch noch überstehen dein treuer diener ebenso wie der des kalifats natürlich so hier gibt es bestimmt noch coolen stuff dieser raum war nämlich sehr schwer zu finden hier gibt es doch noch was zu lesen ein ein angesehener bürger hat auf großzügige weise seine treue zu deiner herrschaft bewiesen sein geschenk wartet um auf deine begutachtung vielleicht ist es ein zufall vielleicht eine vorahnung dass dieses geschenk von größtem nutzen für deine soldaten wäre ich bete dass wir die um sich greifende gesetzlosigkeit von der so viele reden abwenden können und dass dieses geschenk unberührt staub ansetzen wird doch ich fürchte meine hoffnung ist vergebens was ist denn oben da oben vielleicht maybe haben wir noch was zum zum durchlesen oder nicht so da ist noch was ja ja was schlüssel mitnehmen was gefunden bibliotheksschlüssel aha okay bringt mir das irgendwas irgendwas gutes hier ist eine treppe hier geht es nach oben mhm 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 hier können wir ein bisschen ein bisschen einsammeln paar dirham so aber ich brauche wahrscheinlich was in dieser truhe ist ne nicht wirklich einsammeln auch nicht tagebuch eines verräters saidi wahrscheinlich dieses ding was wir damals angefasst haben ne dieses diese scheibe höchstwahrscheinlich so aber was ist jetzt hier was ist denn oben was ich nicht sehen darf hier ist nix hier ist nix immer diese lügenbarone wieder okay weißt du was wir gehen raus Tür verschlossen finde ich einen Schlüssel hä was ist ein Schlüssel denn ich habe doch gerade einen gefunden war das nicht der richtige Schlüssel es wird immer es wird immer wilder dann gehe ich eben durch diese Tür ja da kann ich durch was geht da unten wieder ab haben die schon wieder verloren diese Lauchs kriegen die eigentlich irgendwas geschissen also das ist ja wie kann man nur so schlecht sein den rede ich nicht nochmal so weißt du was wir gehen wieder runter da unten geht es nämlich weiter na du mörder wer steht denn da hinten eigentlich wer wer bist wer bist denn du hier war doch irgendjemand ach da ja bedienstete kommen überall hin dieser mann könnte mir einige Türen öffnen mhm wie drücken sich die luft heute anfühlt dies sind verräterische zeiten und höchst ungastlich sollten wir nicht den gast ehren wie es ihm zusteht so ist es aber el mutawakil wurde in seinem winterpalast ermordet seitdem wurde der wachschutz erhöht das sehe ich überall treffe ich hier auf düstere Blicke und verschlossene Türen weitere Münze zur Bestechung anbieten wir haben 23 davon let's go wäre dies nur genug sie zu öffnen fürwahr was heißt denn hier fürwahr 3 eine offene Tür ist eine kostbare Sache hiermit öffnen sich dir alle Türen das verschönert dir hoffentlich deinen Aufenthalt es fühlt sich schon alles ganz anders an ein Generalschlüssel nun komme ich leichter voran sehr schön jetzt kommen wir überall rein hoffe ich ist jetzt nur die Frage komme ich hier rein Tür aufschließen da ist ja ein Traum it's a dream so unser Ziel wo ist denn unser Ziel eigentlich 50 Meter von hier was bin ich in die falsche dir helfe ich nicht nochmal du Lauch das ist ja unglaublich wo ist denn jetzt mein Ziel suchen nach Kabyas Versteck ach so Moment wir müssen wir müssen noch weiter suchen okay weißt du was dann gehe ich hier weiter wir schließen einfach mal alles auf wir finden das Versteck wir werden fündig ich hoffe nur dass hier keine Soldados rumlaufen natürlich laufen die Soldados rum was dachte ich denn oh hallo meine Damen beruhig dich mal ich mach doch gar nichts gut da ich nicht aufgemacht habe das wäre fatal geworden da hinten ist noch ein ähm eine Zeitlupe wollte ich sagen eine Lupe die ich mir näher angucken sollte immer schön in den Schatten bleiben was ist denn was ist denn was ist denn hier ach essen na klar warum nicht komm ich denn jetzt hier kommst du jetzt hier hin ne der kommt nicht hier hin okay da habe ich schon den Generalschlüssel und komme da trotzdem nicht rein alles sehr gefährlich was ich hier tue eigentlich ohne Schutz absolut ohne Schutz gerade ist eigentlich dumm Tür verriegelt ich bin im Arsch gleich sieht mich irgendjemand ist hier noch eine Tür irgendwo wo ich rein schlüpfen könnte oder diese Leiter da nehmen die Leiter also es tut mir leid aber du bist im Weg tschüss diese Geräusche so Erkundungsgebiet finde Kabir ja 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 ich weiß ich bin ja dabei liebes Spiel sag mal haben wir hier nicht irgendjemand erledigt mal was ist das für Geräusche die Lupe ist genau unter uns hier äh shit wie komme ich denn jetzt am besten dahin super gefährlich was ich hier tue Tür aufschließen immer gut was ist das hier lesen eine Berufung träumst du von einer Welt in der Herrscher nicht durch ihre Geburt oder Blutvergießen an die Macht kommen sondern durch Weisheit und Stärke stellst du bedeutungslose Wahrheiten in Frage erschweren dir belanglose Bräuche den Tag dienst du wenn du befehlen solltest bist du es leid deine Knie dazu zu zwingen sich zu beugen dann komm und suche uns zwischen den Büchern erhebe dich als Hirte für eine verirrte Herde ein strahlendes Leuchtfeuer von Ordnung und Licht sich in den Büchern finde Kabirs versteckte Kammer wir sind hier im richtigen Raum das scheint der richtige Raum zu sein hier Freunde ohlala ok Moment Moment ich kann nicht rennen äh hier ist sonst nichts mehr oder was das sieht nicht danach aus was da oben nur ganz kurz ganz kurz da ist nichts das ist aber nicht nicht der Raum wo wir vorhin waren oder ne das ist ein anderer Raum ok was ist das hier einsammeln wie ging noch das Gedicht das sie vortrug tobe wie das Meer ich versüße dein Stürmen brenne wie die Wüste ich bade in der Glut beiß zu wie die Kobra doch in mein Herz fest steig auf wie die Taube komm in mein Nest steig auf müssen wir nach oben viele Wände von Arib Kabiha ist eine Bewunderin blaue schwarze weiße und gelbe Bücher was was zum Teufel heißt das was zum Teufel heißt das was sind das für Symbole hier Moment was Wüste Kobra Taube hat das was damit zu tun Buch ablegen mit welchem Buch würde Kabiha ihren Weg markieren sie hatte Aribes Buch in ihrem Gemach was Moment ich muss erstmal checken was was hier abgeht wir haben hier mehrere Möglichkeiten 1 2 3 4 das ist die Wüste ok aber was ist das jetzt hier das ist nichts ist nichts da ist ein Vogel muss ich muss ich das ablegen wo nichts ist das Gedicht wie ging noch das Gedicht das sie vortrug tobe wie das Meer ich versüße dein Stürmen brenne wie die Wüste ich bade in der Glut weiß zu wie die Kobra doch in mein Herz fest steig auf wie die Taube komm in mein Nest was hat mir nichts gebracht das blaue Buch das gelbe Buch das weiße das schwarze Buch aber was was sind denn diese Bücher was Moment irgendwas verpasse ich doch hier welche welche Bedeutung haben denn diese Bücher Aribes Gedichtssammlung kann ich mir das nicht mal angucken eine bunte Sammlung Aribes veröffentlichter Gedichte Toll hmmm als die Kitt was die waren Abo Nuwas ich weiß nicht wie viel über Gedichte aber diese Verse bringen mein Herz zum Beben da gibt es Gedichte über Dinge von denen ich nicht gedacht hätte dass man welche über sie schreiben könnte aber in diesem Buch wird alltägliches beinah heilig das geben wir natürlich unserem Kumpel dem Buchsammler aber was mache ich denn jetzt hier die Abmachung Anführer Sarah die Wege nach vorne Kopf des Ordens ok Moment es muss ja irgendeine Bedeutung haben dass ich jetzt hier diese Symbole sehe das ist ja offensichtlich die Wüste was ist das denn da da konnte man doch gerade noch was sehen was war das da hinten über meinem Kopf ist das eine Kobra was war jetzt mit der Kobra Moment Aribes Gedicht nochmal ja was war mit der Kobra tobe wie das Meer ich versüße dein Stürmen brenne wie die Wüste ich bade in der Glut beiß zu wie die Kobra doch in mein Herz fest steig auf wie die Taube komm in mein Nest das Blau, das Schwarze, das Weiße ich habe keine Ahnung ich mache mal das Schwarze Buch hier vielleicht gibt es einen Hinweis in einem ihrer Gedichte Symmetrie der See oder Meer, Wüste, Kobra, Taube kann man sich das Buch hier irgendwo ansehen oder habe ich das Buch habe ich das Buch das wäre es ja jetzt der Generalschlüssel ein Bäderschlüssel ja ist mir egal ähm habe ich irgendwo diese diese Bücher ich glaube nicht oder ja ich meine hier Aribes Gedichtssammlung ja toll bringt mir ja nichts Scheiße irgendwo müssen wir doch hier ein Buch finden vielleicht das da unten Ozean, Wüste, Kobra, Taube Ozean, Wüste, Kobra, Taube okay aber in welche Reihenfolge also welche Bücher müssen wohin haben wir irgendwo ein Buch hier ist ein Buch kann man sich nicht angucken ja das wird ja wahrscheinlich auch nicht irgendwo rumliegen oder ich meine das wäre super das ist aber auch nicht ne auch nicht ja aber wie komme ich denn dann wie komme ich denn an die Farben wir haben Ozean, Wüste, Kobra, Taube Ozean, Wüste, Kobra, Taube ist das hier die Taube das ist das ist der Ozean also hier zuerst ein Buch ablegen wahrscheinlich oder nur welches Buch nehmen ich mach mal das schwarze keine Ahnung ich lege jetzt nach der Reihe ab so das ist Ozean Wüste wäre hier dann Kobra und dann Taube keine Ahnung ob das stimmt Kobra müsste hier sein ne weil das da hinten ist, ist die Taube was ist das da? hä? ok, egal Buch ablegen, let's go das gelbe Buch keine Ahnung ob das stimmt und dann Taube das weiße Buch keine Ahnung ob das stimmt wahrscheinlich stimmt es weil mir muss etwas entgangen sein scheiße verdammt warum kannst du auch nicht rennen hier man das ist doch das ist doch kacke mir muss etwas entgangen sein ok, ok Moment Kodex, habe ich hier im Kodex irgendwas? macht das Kalifen? ne ich meine es muss ja im Inventar sein also diese Bücher, wenn ich die habe aber ich hab die nicht eine bunte Sammlung ihrer Scheiße äh Lieferungshinweis, Nachricht mir ist egal eine Herausforderung zurückgelassen, Aufgabe bla 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 ich sehe nirgendwo irgendeine Info hm, ne das sind hier nur Ressourcen und Verbrauchsgegenstände ich habe keine Ahnung Buch nehmen sind hier irgendwo Farben, die ich nicht sehe? weil ich sehe Farben nicht so gut ich sehe sie schon, aber ich sehe sie nicht so gut und was? ich könnte natürlich einfach einfach mal drauf los versuchen äh aber ich will es ja auch verstehen ich will es halt auch checken warum ich das tue, was ich hier tue ok, also offensichtlich haben wir hier da ist Cobra ähm aber ich sehe nicht welche Farbe wohin gehört oder sieht man das hier irgendwo? an den Teppichen oder so? wahrscheinlich eher nicht Aribs Gedicht aufsagen aber was bringt mir das? wie ging noch das Gedicht das sie vortrug? tobe wie das Meer ich versüße dein Stürmen brenne wie die Wüste ich bade in der Glut weiß zu wie die Kobra doch in mein Herz fest steig auf wie die Taube komm in mein Nest das hat nichts mit Farben zu tun das schwarze Buch ich weiß halt irgendwas verpasse ich doch hier irgendwas verpasse ich doch hier ich brauche dieses Buch was er meinte aber woher finde ich das? wo kriege ich das her? Gibt es vielleicht irgendwo eine Bibliothek oder so? ich suche mal nach einer Bibliothek dieses Rätsel macht mich fertig es ist wahrscheinlich viel einfacher als ich denke ich habe nichts gefunden also keine Bibliothek wo ich dieses Buch finde wahrscheinlich bin ich so blöd irgendwas zu finden hier in diesem Raum ist nichts außer das was da unten steht dieses Rätsel das müsste ja eigentlich reichen hier Haribs Gedicht aufsagen ok Moment wir haben hier den Ozean das blaue Ozean ist der blaue Ozean ich probiere es mal so also wirklich dämlich so wirklich dumm aber kann das sein dass das so einfach ist? das ist ich habe keine Ahnung das war doch der Ozean oder? Ozean so jetzt kommt jetzt kommt die Wüste die ist natürlich gelb haben wir ein gelbes Buch? ein gelbes Buch ok so dann haben wir noch die Kobra und die Taube Buch ja der sagt bisher nix so ein klicken weißt du so ein klicken würde mir jetzt helfen so von wegen ja das war richtig oder ein Spruch ja das sieht richtig aus Massim sagt nichts so das ist jetzt äh Kobra und dann Taube so jetzt ist die Frage was nehme ich denn hier schwarz oder weiß also es gibt ja weiße Tauben schwarze Kobra sind Kobras schwarz? ich habe keine Ahnung weiße Tauben gibt es das auf jeden Fall ist jetzt die Frage ist das richtig? irgendwas übersehe ich doch na geht doch es war so einfach so jemand gab sich große Mühe das zu verstecken also es war so ein dummes Rätsel also wie warum bin ich nicht sofort ich meine es es gab nur diese vier Worte diese vier Worte und vier äh Farben mehr gab es ja nicht warum habe ich die nicht kombiniert ich Dummkopf egal so haben wir jetzt Kabir gefunden oh Töte Kabir steht jetzt hier ist sie hier hinter? hinterher Verborgener du spinnst wohl wo ist sie wo ist sie ich sehe sie ich sehe so viele Jahre der Suche uralte Schriften und Gräber durchkämmt vergessenen Geschichten nachgespürt okay an Gerüchte und Mythen geklammert dabei hätte ich nur warten müssen was ist das hier für ein Qualm oh mein Gott darauf dass du zu mir kommst okay die ist echt gefährlich wie sie aussieht rushan hatte recht aber aber ist sie nicht doof der verlorene Sohn ist gekommen doch er weiß nicht was er ist hast du dich nie über dein Wesen gewundert du der du mehr siehst mehr weist selbst mein Sohn fragte was du bist als er sah wie deine Berührung das Geschenk der Ältesten erweckte was bin ich du bist mehr als ein Mensch genug der Rätsel sag es klar warum aussprechen was man zeigen kann komm mit nach aller Mut unter den Tempelmauern liegt alles Wissen dessen Erbe du bist was deine sogenannten Brüder würden eher sterben als es dir zu überlassen aber hab Mut Basim wir werden den Weg behalten und dich befreien was passiert hier nein was war das alter welches Gift hast du von ihren Lippen geleckt willst du mich verarschen man sie sagte ich wäre mehr als ein Mensch was hat sie gemeint rushan was liegt unter dem Tempel das ist verbotenes Gebiet dort gibt es nichts für dich ich erzählte dir von den Albträumen dem Djinn du nanntest es eine Schwäche die ich richten müsse ich versuchte es aber du hast mir den Weg verschleiert du liegst mich damit allein nicht allein du bist nicht der Erste der gequält im Dunkel wandelt Basim flicke deine Scherben zu einem Ganzen zusammen gieße deinen Schmerz in die Bruderschaft erfreie dich von ihrem Gift und komm zu uns nach Hause nicht mehr als ein Mensch aber nicht weniger als unser Bruder die hält uns irgendwelche Infos vor oder würde dir das nicht reichen und wenn es so wäre folge dem Pfad den sie dir bereitet hat und ich töte dich eigenhändig Schwester ganz ruhig warum? was ist denn mit mir? was ist mit Basim? Alter ich muss hier raus und Nihal erzählen was ich erfahren habe das sollten wir tun 3 Fertigkeitspunkte haben wir bekommen Junge wir müssen sie in Ehren halten vielen Dank für die ganzen Informationen nimm ein Bart ja gut das hätten wir ok das war echt interessant und ein bisschen ein bisschen überraschend muss ich sagen dass jetzt sowas hier kommt wir haben 7 Fertigkeitspunkte im Moment bevor ich irgendwas tue wir haben sie leider nicht erledigt deswegen konnte man das hier noch nicht abschließen es geht hier weiter und wir haben einen Auftrag habe ich gelesen wir haben einen Auftrag bekommen wir müssen auch hier hin bringen die Bücher ins Haus der Weisheit ins Weis der Haushalt das würde ich gerne zuerst machen aber erst einmal müssen wir hier raus achso mein Hirn alter mein Hirn aus Sieb mein Sieb aus Hirn schleichender Kundschafter hebt Gegner automatisch hervor während du unentdeckt geduckt bist let's go sehr schön 2 haben wir noch dafür brauchen wir 3 ok das ist cool das heißt so können wir dann Gegner hervorheben ist das so schnauze schnauze ok wir müssen einfach nur abhauen hier ne tu es tu es was tust du wo ist denn Ali und seine Leute wenn man sie braucht oh cooler Weg nice ok das war knapp hätte ja klappen können wir müssten eigentlich zu dem warum ist ja nicht an diesem Baum gesprungen ok jetzt mhm Allah sei Dank wieder bin ich mit meinem Leben erkommen und habe zerstörtes zurückgelassen alter das war echt echt ne krass Story muss ich sagen wir sind mehr als ein Mensch unter dem Tempel das ist sehr interessant ganz ehrlich äh was ist hier oben hier kann man noch was lesen ich muss erstmal runterkommen von diesen ganzen Infos die wir bekommen haben ja das stimmt ich hätte auch gerne einen einen Schluck Tee hatte ich hier hoch ich komme hier da kommt schon ich will einfach nur hier hoch so hier gibt es doch was zu lesen oder irgendwo irgendwo nein ein Meter Taschendiebstahl ja damit wie was wachen willst du mich verarschen oh wir werden übelst gesucht ok ja gut ich hau ja ab mhm der führt doch gesucht scheiße ok weißt du was ich guck mal gerade haben wir noch irgendwelche verlorenen Bücher 1 von 1 2 von 2 1 von 1 hier haben wir gar nichts mehr ne ne keine verlorenen Bücher oh Moment was war das verlorene Bücher hier hier ist noch eins verdammt und ich wollte schon zurück gehen wir brauchen das natürlich 0 von 1 1 von 1 hier haben wir alles hier haben wir auch alles ok ich glaube dann ist das tatsächlich das letzte Buch oder hoffe ich nur noch hier ich reise hier hin ganz schnell ich will das eh erledigen ok das war echt interessant jetzt hier mit Al Bahamut was die uns erzählt hat mal gucken war es in die Halle mehr vielleicht war es in die Halle mehr und wir müssen zum Bruderschaftshaus eine Nebenmission wartet wo ist denn das das Buch wo ist es da irgendwo hier da hinten 124 Meter ich springe erstmal hier hinunter ja ich werde gesucht alle erkennen mich sofort das ist ja ich meine wenn ich sowieso gesucht werde dann dann kann ich ja einfach alle beklauen so ich hoffe wir kommen locker an dieses Buch ran weil das brauche ich und dann gehen wir dahin 40 Meter ja ist also hier in dem Haus natürlich Sperrgebiet was sonst hier ist zum Glück niemand wo ist das Buch ich brauche ein Buch sieben Meter sechs Meter was ist denn das Buch 4 Meter ich sehe jetzt dieses Buch das ist irgendwo unter uns sorry kann ich hier irgendwie ja hier ist kein Dieb man Moment hier muss man noch irgendwie reinkommen vielleicht einmal durch die Tür das sieht echt nicht stabil aus alles klar wir kommen einfach so rein perfekt bewegen ja das war glaube ich richtig und dahinter finden wir das letzte Buch I hope ach hier hoch ok aber schön zugestaubt hier alles was ist denn das hier ok ok und da ist das Buch da bist du ja Schatz geboren verlorenes Buch war das das letzte du hast ein verlorenes Buch das zu wertvoll ist um es einfach um sich herum zu tragen ja 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 ähm Fenster entriegeln auch das machen wir auch das schaue ich mir mal kurz an wo ist da dieser Mann ist eine Art Mathematik Genie ich traf ihn einst kurz als ich noch klein war und mich in das Haus der Weisheit geschlichen hatte wenn ich es richtig verstehe beruht seine Methode zum lösen mathematischer Fragen darauf ein Gleichgewicht herzustellen das scheint mir fast wie eine Metapher fürs Leben allgemein Gleichgewicht finden ist es nicht das was die Verborgenen versuchen in der Welt zu bewirken nein wir wollen die absolute Macht an uns reißen wir wollen die Weltherrschaft so wie Pinky der Pinky und der Brain die absolute Macht erlangen so sorry übernehmen nein nix da übernehmen nein brauche ich nicht ich wollte ihn beklauen es tut mir sehr leid nimm dein Buch zurück nimm es zurück ich der tut so als hätte ich ihm sein Bein gebrochen Alter du bist einfach nur von deinem Boot runter gesprungen ja ich habe verstanden so Haus der Weisheit perfekt da ist sogar ein offenes Fenster ich hoffe das war das letzte Buch sprechen hast du etwas für mich aber selbstverständlich wundervoll niemand braucht davon zu wissen ich wäre ungern dem leidigen Vorwurf der Nachahmung ausgesetzt nicht schon wieder nicht schon wieder so gelehrtenverkleidung gefallen Münze der gelehrten plus drei wir haben eine Kleidung bekommen Moment das schaue ich mir mal an vielleicht sieht ja cool aus haben wir das jetzt erledigt willst du mich verarschen wir haben immer noch nicht alle das kann doch nicht wahr sein Verkleidung haben wir ja die gelehrtenverkleidung diese die Kleidung eines gelehrten der im Haus der Weisheit studiert ähm ja das auch das sieht ganz ganz netter aus schöne Muster warum nicht warum auch nicht finde ich gut jetzt ist die Frage wo wo sind denn noch verlorene Bücher hier warum habe ich die nicht alle gefunden das kann doch nicht wahr sein wo habe ich denn hier irgendwas verpasst 1 von 1 hier ist nichts hier ist nichts hier in der Wüste ist auch gar nix äh in Ukbara auch nicht hier ist äh Grenzgebiet verlorene Bücher 2 von 2 1 von 1 hier in der runden Stadt auch nix mehr irgendwas stimmt doch hier nicht hier gibt es keine Bücher mehr man ich ich habe alle Bücher ich habe sie alle ich habe alle alle Bücher alle muss ich nochmal mit dem reden hi hast du etwas für mich nein habe ich nicht bisher nicht vielleicht erleben wir nächstes Mal beide mehr als unnötige Worte und Störungen du willst mich doch verarschen wo ist denn sag mal was ist das denn hier eigentlich bewegen achso wir haben die Drohung haben wir raus ok das habe ich schon gemacht ähm na ich meine wir haben wir haben ja diese Kleidung bekommen ich gehe mal davon aus dass wir alle Bücher haben aber warum warum wird das nicht ich hasse sowas ok es ist wahrscheinlich ein kleiner ein kleiner Spot den ich übersehen habe hier ne hier ist eine Kiste da ist eine Kiste haben wir irgendwo eine Legende eine Legende haben wir ok wir haben verlorene Bücher ja ja ich will ja ich will nur die verlorenen Bücher Geschichte aus Bagdad ich mache eine kurze Runde hier nur um zu sehen ob wir irgendwo ein Buch übersehen haben es muss ja irgendwo in der Stadt sein ich kann nicht mir nicht vorstellen dass es irgendwo außerhalb ist hier ist nichts hier ist nichts da ist nichts oh hier ist noch so ein Rätsel ne gut aber das gehört ja nicht zu dem Händlergruppe das gehört ja nicht zu den Büchern zu den verlorenen ja das ist ist natürlich jetzt blöd ne mach ich denn jetzt es ist ein es ist einfach so unvollendet und das das befriedigt mich überhaupt nicht null hier Karawanserei ist auch nichts hier bei Durkurigalsu da waren wir ganz am Anfang ist auch nichts Il Anbar im Winterpalast ist nichts hier ist noch eine Truhe aber Ausrüstungstruhe ganz ehrlich ist mir nicht nicht wichtig genug was ist das denn hier okay da ist aber auch nichts ja ich ich weiß nicht nördliche Oase ja da haben wir ja alles gesammelt auch ein Rätsel aber eben kein kein verlorenes Buch ich weiß nicht wir gehen mal zu und zu dem nächsten Bruderschaftshaus wo ist das denn ist ja eigentlich egal wo wir hingehen ne wo ist denn das da eine kurze Schnellreise es gibt nämlich neue Nebenquests eine neue Aufgabe und ich frage mich was mit diesem Djinn ist was ist mit diesem Djinn irgendeine Bedeutung hat das muss es muss eine Bedeutung haben nein einmal hier runter da rein und jetzt pass auf zwei Vögel mit einem Stein Zwei Vögel mit einem Stein Auftragstafel die Tänzerin das wird angenommen ich nehme an dass ich es annehme Nachforschung öffnen so was ist denn was ist denn die Tänzerin da die Tänzerin die Tänzerin